Willkommen zu einem weiteren Video zu Black Ops 3. Seit gestern gibt es einen weiteren Patch und zwar sind wir jetzt bei der Versionsnummer 1.10 und wir gehen die ganzen Änderungen jetzt mal durch, die gemacht worden sind, auch wenn es diesmal wirklich ein bisschen weniger sind als die ganzen letzten Male. Wir fangen mit den allgemeinen Änderungen an. Hier ist es so, dass es eine neue Party-Privatsphäre-Einstellung gibt. Ihr seht das gerade auch im Hintergrund. Man kann jetzt die Party auf nur Freunde stellen, was ich wirklich sehr angenehm finde. Ich denke, die meisten werden sich darüber freuen, die irgendwie so ein bisschen auf YouTube unterwegs sind oder streamen oder irgendwas in diese Richtung machen. Ich denke, wird Zeit, dass sowas kommt. Ein bisschen zu spät vielleicht, wenn man es sich ganz genau anschaut. Hätte eigentlich von Anfang an mit dabei sein müssen, aber gut, besser spät als nie. Es ist dann so, dass auch die ganzen Musik-Tracks jetzt freigeschaltet sind im Menü. Da kann man jetzt rein, man kann sich Playlisten erstellen. Und so wie ich das verstanden habe, ist das einfach Musik, die im Multiplayer im Hintergrund läuft. Und David Wunderhardt auf Twitter gemeint, dass die planen, noch andere Musik mit hinzuzufügen. Das heißt, vielleicht können wir irgendwann in der nächsten Zeit noch andere Hintergrundmusik erwarten. Was dann da kommen könnte, weiß ich nicht. Vielleicht meinte er einfach nur, dass vielleicht, keine Ahnung, die Black Ops 1 Musik dazu kommt in Black Ops 3 oder die Black Ops 2 Hintergrundmusik halt. Oder er meinte aber, dass wirklich normale Musik kommt, also so Radiomusik. Was da genau Sache ist, weiß ich nicht. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir da weitere Informationen haben. Es ist dann außerdem so, dass die 100% Calling Card verbessert wurde. Die war wirklich nicht schön, muss man sagen, ganz am Anfang. Jetzt ist sie wirklich ganz schick geworden. Ihr seht dazu gerade im Hintergrund auch ein bisschen Gameplay. Das heißt, die macht jetzt auf jeden Fall einiges her. Dann ist es so, dass es manchmal Abstürze gab, wenn man irgendwie Leute entwitet hat in ein Spiel, die ihr Spiel noch nicht ganz gestartet hatten. Es ist außerdem so, dass es manchmal eine komische Anzeige gab anscheinend, wenn man ohne Eclipse, wie man einen Joint der Eclipse hat. Also das Map Pack und diese beiden Fehler, die wurden auch behoben. Dann sind außerdem die Leaderboards wieder zurück. Die wurden irgendwie gewartet. Jetzt kann man da drauf zugreifen, wenn man die Meldung wegklickt, dass die gerade gewartet werden. Und außerdem gab es manchmal einen Fehler oder eine Fehlermeldung, wenn man zurück auf den Mainscreen gegangen ist von Black Ops 3, nachdem man in einem privaten Spiel mit Hardcore-Einstellungen drin war. Das heißt, da wurde auch nochmal alles so ein bisschen angepasst und der Fehler, der wurde auch behoben. Weiter geht es dann mit den Spezialisten. Hier wurde nur ein Spezialist geändert und zwar der Spezialist Nomad. Und da wurde auch eigentlich nichts gemacht irgendwie an der Zeit oder irgendwas in diese Richtung, sondern da gab es einen Fehler, dass Recheck manchmal keinen Rauch hatte, wenn Powercore aktiv ist. Das wurde behoben. Das heißt, Recheck hat jetzt immer seinen Rauch, so wie sich das eben auch gehört. Bei den Scorestreaks wurde nur der Powercore, also der Energiekern, ein bisschen verändert. Der hat anscheinend nicht immer den Hater zerstört und eigentlich sollte er natürlich den Hater zerstören. Und das wurde auch angepasst. Das heißt, der zerstört jetzt den Hater. Dann gab es bei den ganzen Maps noch einige Fixes. Und zwar wurden Fehler behoben auf Verge, Knockout, Spire, Rift, Infection, Hunted, Preach und Splash. Splash war, glaube ich, wirklich so mit die verbuggteste Map, kann man fast sagen, wenn da immer noch irgendwelche Sachen gefixt werden müssen. Aber gut, da wurde jetzt endlich wieder was gemacht. Und bei den Game-Modes wurde auch ein bisschen was gemacht. Es gibt jetzt nämlich neue CWL-Regeln. Die kann man jetzt auswählen in den privaten Matches. Und bei Arena ist es außerdem so, dass diese ganzen neuen Regeln schon aktiv sind. Und zwar sind die Extras Ghosts, Extras Sinn und Aufgespürt jetzt verboten in der CWL. Dann sind die Streaks Wächter und Geschütz verboten. Und außerdem ein bisschen Equipment. Und zwar die Stolperfalle, C4 und die Shock Charges. Es ist dann so, dass es in der Arena selbst eine neue Playlist gibt. Die nennt sich Scrim-Serie. Und hier kann man nach den CWL-Regeln spielen, ohne dass man dieses Pick and Bun hat am Anfang. Das heißt, man kann halt einfach ein bisschen schneller in ein Spiel rein. Und es ist so, dass bei Hardcore einige Streaks gefixt worden sind, mit denen man eigenen Teammates killen konnte, ohne dass die ganzen Kills, die man damit macht, eben für einen selbst gezählt werden. Das heißt, bei Hardcore ist es ja so, wenn man Teammates killt, nach drei Kills, glaube ich, dann fliegt man raus aus dem Match. Da gab es anscheinend einige Streaks, die das umgangen haben. Und der Fehler wurde auch behoben. Und auch bei Zombies wurde wieder ein bisschen was gemacht. Und zwar haben fast alle Maps ein paar Bugfixes bekommen. Fehler wurden beseitigt und so weiter. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit den ganzen Änderungen des Patches 1.10. Wie gesagt, diesmal wirklich ein bisschen weniger. Waffen wurden gar nicht verändert. Ich bin mal gespannt, was die nächste Zeit so bringt. Und ich kann mir außerdem ganz gut vorstellen, dass Versteckt jetzt auch gerade schon die neuen Waffen vielleicht hinzugefügt worden sind. Hier kann ich mir nämlich auch ganz gut vorstellen, dass die irgendwann in der nächsten Zeit wirklich auch wieder dazukommen zu Black Ops 3. Wir haben jetzt wirklich schon relativ lange für Black Ops 3 keine neuen Waffen mehr bekommen. Und ich denke, die wollen uns demnächst wieder das Geld aus der Tasche ziehen. Von daher kommt da bestimmt bald wieder was. Und ja, das war es dann ansonsten mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Falls ihr weiterhin Videos zu Black Ops 3 und auch zu Infinite Warfare sehen wollt, dann lasst außerdem gerne ein Abo da. Und ja, das war es von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.